Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Televlog, heute von 2018. Wir sind am Aufräumen. Jetzt sieht es halt hier hinten ein bisschen sowas. Überall ein bisschen. Und hier in der Wandung machen wir noch ein Gestell mit dem Stefan zusammen. Das ist der Plan. Und wie es so ist beim Aufräumen haben wir auch mehr so eine Schachtel gemacht, um mitzunehmen. Gratis. Das ist so ein Klassiker. Das kann schon sein. Jetzt kommt eine Explosion, übergeblieben. Die Rücke von Yvonne Kunz. Geschätze. Ah, das ist auch cool. Das ist für dich fast noch besser. Spank me. Wir schauen mal hier an, setzen und schaffen. Wie was könnte das ausschauen? Das ist original verpackt. Nicht unbedingt fester Konsistenz und ein bisschen labiler Inhalt. Es ist eine Falschzeit, dass er nicht dem Cesiumatom entspricht, der das auch macht. Es riecht noch. Kommt mir so bekannt vor. Kann man das auch brauchen? So Kerzenwachs hätte es mich erinnert. Ja, ich weiß so. So Brandbeschleuniger und so. Wirklich so wie Petroleum, oder? Petroleum. Ja, ich weiß so. Gedrängt. Gedrängte Hühnerscheiße. Oh, jede Scheiße. Gepresst. Ja, ja. Ja. Wir haben unser Lager ein bisschen geräumt. Im Sinne von Schilde Löwe würde man sagen, wir haben es derehrestrukturiert. Das war es auch schon, danke fürs Zulagen. Prost! Abonnieren nicht vergessen. Und anstoßen. Das ist deine Tassen.